So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams, der Dicke eine neue Folge Pokémon GO bzw. Ramses Minus. Weil ihr wart ja immer Freunde vom Format Ramses Minus, wie ich GBL gezockt habe, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne alles. Und heute für diesen besonderen GO Battle Day möchte ich ganz kurz Ramses Minus zurückholen in der abgeänderten Version. Hier ist noch Philipp, der ist super Freund geworden, wunderbar. Wir haben nämlich hier eine Quest, die man machen kann, um wieder eine Top-Lade-TM zu bekommen. Das ist ja sehr schön, die empfehle ich euch auf jeden Fall abzuholen, ihr habt den ganzen Tag Zeit dafür. Da musste man auch zehn sehr effektive Ladeattacken machen. Das habe ich eigentlich immer über die Teamleiter gemacht, habe mir immer den roten genommen mit Feuer-Pokémon und habe mit Wasser angegriffen, hat immer geklappt, ging gar nicht. Habe ich mit Stein probiert, ging nicht. Habe ich mit Boden probiert. Eins von drei hat gezählt. Dann habe ich Pupsi gefragt, ob sie bitte kurz mir eine Kampfanfrage schicken kann in der Meisterliga. Dreimal Hytera nehmen oder so. Ich habe dann dreimal Mach-O-Mai genommen. In einem Kampf alle zehn super effektiven Ladeattacken auf jeden Fall fertig. Also warum das mit dem Teamleiter nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Das habe ich sonst immer so gemacht. Diesmal ging das absolut gar nicht. Es hätte 300 Jahre gedauert. Hatte ich keinen Bock drauf. Dann habe ich schon fünf Kämpfe gemacht in der Go-Kampf-Liga. Die nächsten fünf Kämpfe möchte ich euch jetzt zeigen. Dann haben wir noch verwendet zehn Power-Ups und dann haben wir die Sachen hier voll. Ich bin nämlich heute auf Kämpfe gegangen einfach. Achso, da kann ich sogar hier abholen. Und guckt euch das mal an. Ich habe alle fünf Kämpfe gewonnen, was unglaublich ist. Dafür, dass ich kein Team habe und kein Team auswähle und keine Attacken zugeordnet. Ich bin einfach auf Kämpfen. Habe gedacht, Meisterliga habe ich keine Pokémon für. Was ist Entwicklungs-Cup? Keine Ahnung. Ich drücke mal drauf. Und dann hat mir das ja einfach vorgeschlagen. Ursaring, Dragonier, Rizaros. Ist das ein gutes Team? Bestimmt nicht. Ich könnte jetzt mit WP-10-Pokémon rein, mich fünfmal besiegen lassen und dann wäre die Aufgabe fertig. Das geht auch am schnellsten. Also wer absolut keinen Bock hat, geht rein mit WP-10-Pokémon. Zack, zack, zack. Könnt ihr den nächsten Kampf machen. Zack, zack, zack. Und dann habt ihr es. Ich möchte aber jetzt mal kämpfen und mal gucken, wie weit ich komme. Wenn ich jetzt hier so reinkomme. Und da ist ein Routena. 300 noch was? Das heißt, er hat kein vollwertiges Team. Das passt. Ich hatte Kämpfe dabei. Die waren wirklich knapp. Die waren wirklich spannend. Und dann hatte ich Kämpfe dabei. Da war halt auch nur WP-10 drin beim Gegner, wo ich mir dachte, wow, liegt das dran, weil mein Rang so weit unten ist und ich so selten spiele, dass da auch nur irgendwelche Bots sind oder irgendwelche Leute, die keinen Bock haben, aber wird ein Bots jetzt abschilden? Würde jemand, der verlieren will, aber abschilden? Warum schildet der ab? Wieso geht der mit 337 WP rein und schildet dann ab? Das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall sieht das ganz gut aus, dass ich, obwohl ich kein Team vorbereitet habe und nichts, einfach immer nur draufgedrückt habe, um mit dem zu kämpfen, was es mir einfach vorschlägt. Meistens ist dann trotzdem hier das Ursaring drin. Manchmal hat es auch das Dragon hier einfach vorne drin gehabt als erstes, aber möchte ich jetzt einfach fünf Kämpfe hier machen mit euch. Zack, zack, zack. Guckt euch das an. Ich habe jetzt gedacht, ich habe zwar fünf gewonnen, aber wenn ich es jetzt aufnehme, verliere ich bestimmt wieder alle fünf. Der erste ist aber schon mal gut gelaufen, weil der erste war jetzt einfach irgendwas von irgendwem. Perfekt. Das war es dann aber auch schon wieder vom... Na guck, jetzt ist die Reihenfolge anders, aber egal. Ich drücke einfach drauf, ich gehe einfach rein. Ich ändere dann nichts, ich mache dann nichts. Ich weiß ja nicht, was kommt. Das ist bestimmt schlauer als ich und weiß, was kommt. Habanero Line. Joa. Ich spiele eigentlich nur GBL jetzt an Kampftagen. Wenn ein Kampftag ist, okay. Ich muss sogar Rang 10 erreichen für die Level 50 Quest insgesamt. Das war noch, aber ansonsten ist eigentlich da nichts weiter drin. So, schwache Verbindung. Das können wir jetzt machen. Das ist nichts. Was ist denn jetzt? Der hat aufgegeben. Warum? Warum gibt der denn auf? Ich habe jetzt gedacht, das wird spannend, weil ich kann nicht auf Drachen, wechseln, das macht keinen Sinn. Ursaring, da weiß ich absolut nicht, was er für Attacken gerade hat, macht. Ich bleibe einfach mal drin. Mit dem Rizaros, was ich gerade habe. Mal gucken, wie sich das... Und er gibt auf. Er gibt einfach auf. Ja, egal. Und jetzt ist Dragoneer vorne drin als erstes. Dragoneer als erstes, okay. Das heißt, es ist jetzt schon mal drei Kämpfe, die alle drei komplett unterschiedlich sind, weil jedes Mal mit einem anderen Pokémon am Anfang gearbeitet wird und das einfach durch Dragoneer gegen Keifel. Uh, er hat Eis gegen meinen Drachen-Pokémon. Aber ich bin effektiv und er ist aber auch effektiv und er wechselt aber raus und er geht jetzt auf Kampf. Wir haben Bodyslam. Wir haben Bodyslam. Wenn dieser kleine, dünne Drache auf dich drauf fliegt, dann hängst du dir den so um den Hals rum als Schal, aber ansonsten müsste er ja nicht gefährlich werden. Was machen die? Macht er auch mal einen Move? Braucht er gar keinen Move? Ich mache Bodyslam. Wenn ihr nicht weiter wisst, macht immer Bodyslam. Sieht auch lustig aus. Die Drückanimation beim Typ normal... Weil Bodyslam ist ja eine Normalattacke. Habe ich so selten gesehen in meiner Karriere als Dude, dass mich das gerade hier ein bisschen schockiert. So, was machen wir jetzt? Kampf gegen... Ah, eigentlich gegen beides ist der eigentlich gut. Ich nehme mal ihn hier. Gucken wir mal, was der macht. Ist jetzt noch nichts. Den Kampf verliere ich sicherlich. Ich habe doch nur Pokémon gerade noch, die schwach gegen Kampf sind. Und der hat auch einen Kampf-Pokémon. Also, der müsste mich doch eigentlich jetzt komplett auseinandernehmen. So, er schildert sicherlich jetzt auch ab. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Sonst können die ihm nämlich doch ein bisschen Schaden reindrücken. Ja. Ja, ja, ja. Verteidigung sinkt. Oh mein Gott. Und ich habe nur noch einen Pokémon übrig. Aber er hat kein Schild. Aber ich habe noch ein Schild. Ich nehme jetzt auch mein Schild. Ich habe nämlich Schiss. Was der da macht. Oh, jetzt müsste ich den... Mit meinem normalen Move so runterziehen. Dass ich dann eine Lada-Attacke voll habe. Um es auf sein letztes drauf zu zimmern. Dann hätte ich doch noch eine Chance. Und er hat jetzt noch ein Eis-Pokémon. Keifel. Wir haben Breitseite. Nein! Er macht einen Move. Wieso habe ich denn nicht Breitseite gedrückt? Breitseite war doch schon fertig. Breitseite hätte jetzt vielleicht nicht so viel gemacht. Okay. Aber es wäre spannender gewesen. Und hätte besser ausgesehen. Jetzt hat er mich rausgezogen. Weiter drauf. Ussering ist wieder vorne drin. Man könnte denken, ich habe nur diese drei Pokémon. Vielleicht ist es ja auch so. Ich kann euch dann mal zeigen, was ich habe an Pokémon. Im 1,5er-Bereich. Ja. Weshalb nochmal deutlich ist, dass ich nie so der große GBL-Spieler war. Und nie groß für GBL mich interessiert habe. Und auch jetzt das hier nicht so ernst nehme. Wenn ich einfach nur diese Aufgabe machen möchte. Na, Kampf. Hm. Das sieht gut aus. Ich mache auf jeden Fall reichlich Schaden. Und weil ich reichlich Schaden mache, möchte ich dieses Pokémon behalten. Auch wenn ich, glaube ich, seine Ladattacke schon einge... Eingehakt habe. D. Habe ich nicht. Er wechselt. Dann kann ich jetzt aber einen Kampf-Move machen. Wenn der rauswechselt, dann wird er doch jetzt nicht schilden. Der wechselt doch raus. Doch. Er schildet. Naja, egal. Wir bleiben drin. Machen nochmal einen Nahkampf. Wird man das zweite Schild noch raus haben. Dann haben wir nämlich... Gefühlt irgendwie trotzdem so eine Art Vorteil. Er ist weg. Weil er was gemacht hat. Dasselbe wie immer. So, wir hauen weiter drauf. Wir sind tot. Nehmen wir jetzt auch Drache. Macht er überhaupt Drache? Ich weiß nicht, was er macht. Ist es sehr effektiv? Ne, doch. Ne, das macht gar nichts. Wir sind beide neutral gegeneinander, oder wie? Ich schilde trotzdem. Wir machen ja mehr Schaden als er. Bei uns. Würde ich wieder nehmen. Flammenwurf. 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 Komm, er hat immer noch ein Schild übrig. Wir machen jetzt mal einen Bodyslam. Weil wenn ich jetzt einfach weitermache, bringt er mich um. Ich bin mit Move gestorben. Er hat noch ein Schild. Also, lass mal ihn sein Schild rauswühlen. Er wechselt wieder. Apollo. Ist weg. Ist weg. Und wir haben auch nochmal. Wir haben nochmal Bodyslam voll. Hau nochmal Bodyslam drauf auf Knacks. Und er hat kein Schild mehr. Müsste wieder ein Sieg sein. Ist das schon der fünfte oder? Ne, es war der vierte. Es dürfte der vierte gewesen sein. Bodyslam. Hier. Raus. Neun von zehn. Ein Kampf noch. Dann sind wir schon wieder fertig gleich mit dem Video. Einfach ganz kurz. Ramses Minusfolge. Wir haben zwischendurch reingebreddert. So, Entwicklungskarp. Genau. Rizaros wieder vorne dran. Warte mal. Gehen wir zurück. Zeig mal, wenn wir hier drauf gehen. Was zeigt es uns den anderen Pokémon? Das ist alles, was ich habe. Dragonia, Ursaring, Rizaros. Das nimmt wahrscheinlich die beiden, weil das die zwei höchsten sind, die ich überhaupt auf der Hand habe. Dann habe ich Maschok, Wati. Und dann habt ihr schon die Charneras vom Seaday, die übrig geblieben sind. Das heißt, ich habe auch nichts. Weil ich nichts habe, deswegen kämpfe ich eben mit sowas. Aber das reicht auch. Das reicht auch. Seht doch. Die Aufgaben kannst du trotzdem machen. Für den Rangaufstieg brauche ich ja, glaube ich, sowieso auch nur einen Sieg. Na, egal. Machen wir weiter hier. Wasser. Wir gegen Wasser. Wir sind aber trotzdem effektiv. Ich weiß nicht, mit was er angreift. Aber wir sind auf jeden Fall effektiv. Ich dachte, das Tyra Croc ist im Vorteil uns gegenüber. Wir stinken. Das heißt, wir haben auch nicht so viel Verteidigung. Und jetzt hier so drauf. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der wechselt wieder raus. Terry Bark kriegt nochmal die Breitseite. Ist ja wieder der Typ normal oder so. Ist ja ein Hund. Hunde sind ja normal. Die stehen ja nicht aus Feuer oder Wasser. Die verbrennen sich ja und trinken. Schlabert er. So. Wieder Breitseite. Breitseite bester Move. Boom. Volle Breitseite. Zur Top. TM. Tyra Croc. Nochmal eins. Zwei. Drei. Den wehre ich ab. Und dann habe ich bestimmt nochmal Breitseite voll auf den nächsten Gegner. Wenn ich den mit meinen quicken Moves unschädlich gemacht habe. Hoffe ich, dass es so funktioniert. Er ist weg. Ja. Und jetzt der letzte hinten. Der kriegt eine Breitseite drauf. Egal wer das. Nein. Er hat ihn umgebracht. Er hat ihn umgebracht. Oh mein Gott. Was nehmen wir jetzt? Kampf. Flug. Normal. Nicht? Ach komm. Wir nehmen erstmal den. Kratzen den ein bisschen. Kratz. Kratz. Wir lassen dich kratzen. Wir lassen deine Moves an uns abrallen. Wir werden auch nicht schilden. Wir können jetzt hier. Warte mal. Der ist auch Typ. Normal. Typ normal. Wir sind Kampf. Aber er ist doch Typ Flug. Und wir sind Typ Kampf. Aber er ist tot. Er ist Typ tot. Volle Breitseite auf dem Weg zur Lade-TM. Ramses Minus. So. Das heißt, wieder vier gewonnen. Hier gibt es noch Bonbon. Hier gibt es noch ein Paragoni. Kannst du auch eigentlich direkt in die Tonne klopfen. Mal gucken mal, wie gut das ist. Das muss noch drin sein. Dass das noch bewertet wird. Das Paragoni. Parakord. Paragoni. Schlecht. 2-2-6. Oder wie. Gut. Brauchen wir nicht. Nehmen wir weiter. Sind wir jetzt auf der 12. Ne, sind wir auch nicht. Wir sind nicht mehr auf der 12. Wir sind einfach irgendwo. Das ist meine Statistik jetzt hier. Guck. Letztes Mal 37 Kämpfe. Dieses Mal 63 Kämpfe. Das wird es wahrscheinlich schon wieder gewesen sein. Insgesamt 100 Kämpfe gemacht. Auf dem Account. Insgesamt 100 Kämpfe auf dem Account. Wer bietet weniger? Das war es. Von meiner Seite aus. Wir sehen das beim nächsten Mal. Achso. Bin doch so bescheuert. Ich muss doch das Zeug abholen. Hier die Erfahrungspunkte. Und die 10 Power-Ups bei Pokémon. Da gehen wir natürlich mal hier auf WP. Nehmen die kleinsten. Und machen einfach 10 Stück hier drauf. Dass wir wenig Staub ausgeben. Aber schnell die Aufgabe fertig haben. Und jetzt können wir das abholen. Und das ist wichtig. Die Sonderbonbons weiß ich auch immer nicht, was ich jetzt damit machen soll. Aber die Top-Lade-TM weiß ich auch wieder nicht, was ich damit machen soll. Was würdet ihr mit der Top-Lade-TM machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.